Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vavied Pixels Jetzt bin ich ein bisschen munter Jetzt bin ich nämlich, jetzt hab ich nicht geschlafen Jetzt geht's mir gut Jetzt sack ich zwar immer noch, aber Nicht mehr ganz so hart Ja Ja Easy going, muss ich sagen Aber ich frag mich, ob es hier hinten vielleicht auch nichts gibt Oh Gott Ich bin ganz böse in Erinnerung Man hätte ja auch hochschmeißen können, ne? Ach egal Okay Aua Ich sehe dich Ja Aua Zu beleid, dass ich grad so ruhig bin, aber ich versuche mich zu konzentrieren Und in der kurzen Zeit, die ich habe, so weit wie möglich zu kommen und so wenig wie möglich zu sterben Ich versuche es zumindest nicht zu tun Ich versuche es zumindest zu tun Aber 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 Es ist auch bis zu wenig wie möglich zu sterben Zwei Zwei Drei Drei Vier Fünf Sechs Zeben und Ich hab drei Mo静 T Sig muss man schon sagen so oder so so eine stirbt oh, noch eine Fächer, toll oh so tot oh, ruckel ich mag es nicht, was ruckelt Kettenreaktion Kettenreaktion Ruckel Jetzt die 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 der die 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 der der Warte, fuck. Warte, fuck. Ist da grad viel passiert. Eilige Scheiße. Obwohl. Ups. Ups. Warnit. Das tut mir jetzt aber leid. Ich wollte ihn nicht so schnell töten. Ich wollte ihn noch ein bisschen leiden. Ich wollte ihn nicht so schnell töten, wie ich dachte. Tee, he, he. Oh, fuck. Ich wollte ihn nicht mehr. Ups. Na, ich hätte ihn da drüber schusson können. Anhaltigkeit. Nein! Okay. Ohne Möglichkeit das so zu machen, ne? Puh, wie mache ich das jetzt? Nein, so schubber nicht! Oh nein! Heieiei, ich liebe diese Kettenreaktion! Nein, so schonmal nicht! So, jetzt auch und... Ey! Kettenreaktion! Finde ich gut! Jetzt hängt der noch da hinten, ne? Nein! Wir machen das jetzt am intelligentesten! Fick dich! Hm... Aua! Nein, das war nicht die richtige Möglichkeit! Okay, das war scheiße! Okay, das war scheiße! Komm! Lucky. WTF. Wie soll man das schaffen? Frage ich mich. Vielleicht. Aua. Aber vielleicht ja, indem man in die Säge sprengt. Das wäre eine Überlegung wert gewesen, aber nein. Doch nicht. Ist es leider nicht. Könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Oh Gott. Wie schlecht war das, bitteschön. WTF, was mache ich da die ganze Zeit? Jetzt schaue ich nicht mehr so weit. Wo ist mein Hirn? Wo ist mein Hirn? Ich frage euch, wo ist mein Hirn geblieben? Ich schaue das jetzt hier rüber. Nein. Da kommt mir die entgegen. Puh. Wie schaffe ich das nochmal? Scheiße. Ich bin inkompetent geworden. Ah ne, das war ich schon immer. Ja. Ach ja, ich habe das immer gemacht. Frage mich gerade. Keine Art. Ich habe das immer gemacht. Wie? Ich komme mir da rüber. Scheiße, ich habe vergessen. So? Achso. Nein, nicht ganz. Ich kann da hoch springen, ne? Ich teste das mal aus. Ah, okay, dann passiert mir das. Das ist nichts mit Cheaten hier. Ja, das war aber wieder Teil vom allerfeinsten nicht. Was ist mit mir los? Okay, ich habe keinen Sinn. Steht schon mal fest. Okay, die Ahnung habe ich erwischt, aber... Was für mich das, wenn ich keine Ahnung habe, wie es hier weitergeht. Muss ich hier hin? Nein, da ist wieder dir im Weg. Hm. Ich bin ein Idiot. Hand, Augen, Koordination. Wer braucht denn sowas? Kettenkeaktion. Weil es sind so viele Segen und ich weiß nicht, wie die hier weiterkommen gerade. Ich könnte das so schaffen eventuell, aber... Das ist doch ein bisschen Risky. Seht ihr, das meine ich mit Risky? Das war awesome. W-D-F, ich bin... Inkompetent-S. Fuck, wie habe ich das gerade geschafft? Ich hatte ja die Frage bei euch, wie habe ich das gerade geschafft? Hm, nein! Da wäre... Das wäre eine Möglichkeit, aber fällt mir ein... Man kann ja nicht so geil springen, wie ich das gerne hätte. Das wäre jetzt alles viel einfacher. Nun muss ich einfach mal an! Fertig, ob es das ja. Man... Man. 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 auch im Moment das ist eigentlich die die Schildsport von dieser Verschalte die Lieblingsdorf schiebt und nicht so ich habe ich noch offen der habe ich nur mehr da mal das macht eben kurz Nein, öffentlich, danke. Zählte Part ist das ja jetzt schon, ne? Ups. Hö. Ich hab immer noch keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, ganz ehrlich. Wie hab ich das das erste Mal geschafft? Das ist hier ja kein Problem, oder? Wie muss ich mich doch hier durchschieben können? Ach, nicht ganz. Ja, denn kann ich jetzt landlich dazu, oder? Genau. Das ist vielleicht auch nur ein einziger gezielter Sprung. Nein, dann sterbe ich da drauf, okay. Drei Versuche noch und ich erkläre, dass ich den Part von heute für beendet habe. Ich hab gerade gesagt, egal, ich mach einfach drei Versuche draus. Noch zwei Versuche. Ich hab nämlich eingesehen, dass diese Spiele mir in einem zu großen Umfang viel zu viel Schaden zufüllen. Gibt nicht. Okay, das war dumm von mir. Das zählt mir jetzt versuch. Ich hab nicht mitgedacht. Okay, das war einfach nur Unglück. Das zählt auch nicht. So viel zu. Drei Versuche. Ich hab hier irgendwie Glück und schaff's jetzt irgendwie nicht hier. Nein. Egal, ob ich's sagen. Bis zum nächsten Mal. Euer Justin. Tschö, tschö. Ich habe mich mit mir mal Motoreschik applications. Mit ein bisschen nicht so. Und dann komme ich für mich.